So, ich bin hier beim Philipp aus Athena in seinem neuen Auslauf. Er freut sich sehr und frisst die ganze Zeit Gras und ist im Moment gar nicht von mir sehr angefeuert. Nase hoch, Philipp. Hallo. Er ist ziemlich pummelig, der gute Philipp. Ja, Schätzilein. Ja, schau mal, wer da ist. Ja, schau mal, wer deine Nachbarn sind. Hörst du auf und bist brav, du, so schlimme Du. Hallo, Philipp. Ja, also er ist ein wunderschöner Hund, hat ein wunderschönes, dichtes, plüschiges Fell und ist nicht sehr groß. Also maximal 50 Zentimeter, würde ich sagen, aber er ist relativ breit, gell? Ein kleiner Beistelltisch, wenn man da so von oben rauf schaut, bringt er schon was mit, gell? Philipp. Na gut, demnächst gibt es dann mehr. Machen wir ein paar Tests mit dir, Philipp. Das ist jetzt schon mal zum Anfang.